Auf was für Highlights können sich die Athletinnen und Athleten in der Region der Zerm freuen? Die dürfen sich eigentlich auf viele Highlights freuen. Zuerst an der Eröffnungsfest, dann gibt es im Eiskunsthof das Opening und Exhibitiongelen. Es gibt aber noch andere hohe Punkte, zum Beispiel die schönen Berge der Zentralschweiz, wie zum Beispiel der Pilatus, wo wir uns befinden. Was erhoffst du dir, dass die Winteruniversitäten für Auswirkungen auf die Region und Sportarten haben wird? In der aktuellen Zeit wünsche ich mir, dass die Schweizer Bevölkerung auf die Vielseitigkeit der Zentralschweiz aufmerksam wird. Es gibt sehr viele Seen, schöne Berge, schöne Landschaften. Es gibt aber auch sehr viele Sportmöglichkeiten, wie zum Beispiel Short Track oder Eisshundschlauch. Heimzeit aus der Region. Was müssen Athletinnen, Athleten oder auch die Zuschauer unbedingt erwarten? Was wir nicht unbedingt erleben, ist eine Fahrt auf dem Pilatus mit einem Gondolin. Die Fahrt da oben ist so beeindruckend und die aussieht. Schau mal draus, das hast du nirgends schon. Auf was freust du dich persönlich am meisten immer zu den Winteruniversitäten? Momentan geniesse ich die Ruhezeit nach einer strengen Organisationszeit. Aber natürlich freue ich mich mega auf die Winteruniversität im Dezember mit der ganzen speziellen Atmosphäre, mit den schönen kleinen Hüten und den festlichen Seiten. Es wird ein außergewöhnlicher Anlass sein und da habe ich grosse Freude drauf. Wie sieht denn der aktuelle Stand aus von den Vorbereitungen und was muss dann noch bis Ende Dezember erledigt werden? Wir sind bei der Organisation sehr gut vorwärts gekommen. Pläne, Infrastruktur, Installation, Wettkampfplan. Alles ist so gut erledigt. Wir müssen das Ganze nur noch verbessern.